So Leute, hier also das kleine Informationsvideo, denn ihr wollt ja sicher alle wissen, wann kommt GTA Vice City? Ja, also bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, bei mittlerweile über 161 Abonnenten. Ich habe ja kein 150 Abonnenten Special rausgebracht, aber ich denke bei 200 werde ich wieder eins machen. Ganz toll von euch finde ich, wie ihr fleißig kommentiert, besonders in den letzten Tagen und Wochen. Da bekomme ich sehr viele Kommentare und mittlerweile auch viele Daumen nach oben, auch manchmal ein paar nach unten, aber das ist egal. Ähm, Kommentare lese ich mir natürlich alle durch, alle beantworten tue ich nicht, aber wenn ich dann so Kommentare lese, wie du bist mein Vorbild oder deine Videos ziehe ich denen von Gronkh vor, das ist einfach unglaublich. Also da freue ich mich echt drüber. Ähm, also mit so einem Feedback macht es mir einfach noch mehr Spaß, das ist ja natürlich klar. Also, GTA San Andreas ist abgeschlossen, heute kommt noch ein kleines Bonus-Video mit meiner Statistik, das habe ich euch ja gesagt. Ähm, und als nächstes Projekt kommt natürlich GTA Vice City. So, wann kommt es? Ja, die Frage aller Fragen. GTA Vice City kommt am... 2. Dezember, yeah, also morgen. So, warum morgen schon? Ähm, eigentlich habe ich geplant, erst für am nächsten Montag, äh, GTA Vice City zu starten, aber da die finale Mission in zwei Parts gemacht wurden von mir, weil die eine Mission ja nicht so lange ging, ähm, dann wären das vier freie Tage gewesen, glaube ich, wo kein GTA gekommen wäre. Das wäre mir ein bisschen zu viel gewesen, weil ich auch von euch ja gehört habe, dass die meisten sich auf Vice City freuen. Und da habe ich mir einfach gedacht, äh, als Dankeschön für die vielen Kommentare, vielen Abonnenten und so weiter, bringe ich GTA Vice City schon morgen. Also, könnt ihr euch drauf freuen. So, für alle Nicht-GTA-Fans oder auch, äh, anderen, äh, Projekten, wo euch gefallen, ähm, Mega Man 4 kommt am 6.2., also am Dienstag. Außerdem steht ja Weihnachten bald vor der Tür, nicht mehr lange, 24 Tage, heute ist der 1. Dezember, und da habe ich mir gedacht, ändere doch mal dein Kanal-Design, mach so ein bisschen weihnachtlicher. Ähm, ich hoffe, euch gefällt's, ich werde das neue, vorläufige Design online stellen, sobald dieses Video erscheint. So, ähm, ja, das war's jetzt eigentlich schon alles für dieses Informationsvideo, also morgen kommt Vice City, ähm, Mega Man 4 kommt am Dienstag. Heute erscheint noch das Bonus-Video zu GTA San Andreas mit der Statistik und das neue Design kommt online. Okay, also, ich wünsche euch viel Spaß morgen mit Vice City, ich freue mich total drauf und ich hoffe, ihr schaltet fleißig ein. Yeah, also macht's gut und ciao, ciao.